Asphalt 9 Legions Wir machen einfach mal weiter, die Folge geht so wahrscheinlich wieder 10 Minuten Äh, ja, auf jeden Fall, dann machen wir das mal hier Wieder mit unserem Mitsubishi, Mitsubishi, Mitsubishi So 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 Jetzt sind wir dritter geworden Äh, ja, dann gehen wir mal weiter Ähm, und dann sammeln wir mal wieder unsere Ähm, ein Dann fordern wir mal wieder das Einfalls, was es zum Einfordern gibt Und es gibt nichts zum Einfordern Was heißt, wir gehen auf weiter Ähm, gehen wieder auf weiter Und dann gibt's jetzt hier, glaub ich, nur noch zwei Rennen Wenn ich das richtig sehe Aber das weiß ich jetzt nicht Hier steht 5, Himalaya Ja, dann gibt's nur noch ein Rennen Also jetzt das und dann noch eins Glaub ich Ähm, ja, das ist ja schon wieder dieselbe Strecke, oder? Also Das war's. Das war's. So, jetzt wohnen wir sogar Zweiter, glaube ich. Ja. Was heißt, wir können wieder was einfordern? Ähm, dann gehen wir mal auf Weiter. Ähm. Weiter. Äh, hast du Spaß dabei, die nächste Asphalt Legends zu werden? Rase zum Microsoft Store und lass es uns wissen. Nicht jetzt. Äh, ja. Auf jeden Fall, dann kommt jetzt, glaube ich, schon das Letzte. Zehn Marken. Geil. Äh, ja. Ja, hier, dann machen wir das mal. Ähm. Spielen. San Francisco. Die Stadt an der Bucht. Die Stadt an der Bucht. So, dann sind wir auch erst mal Zweiter geworden. Nein. Okay. Okay. Die Hälfte von den Fahrern ist erst mal ins Wasser. Da gefahren. Okay. 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 Ja, wir wurden jetzt leider fünf da. Okay. Vielleicht können wir aber trotzdem was einfordern. Ja, können wir. Sonst noch was? Nein, leider nicht. Auf jeden Fall, dann haben wir hier, glaube ich, alles fertig sogar. Was wäre, wenn ich jetzt hier auf Spielen gehe? Dann muss ich ja neue starten, oder? Ah, nee, ich muss das jetzt, glaube ich, nochmal machen, weil ich nicht unter die ersten drei Plätze gekommen bin, oder wie? Ähm, ja, wir machen das dann jetzt auf jeden Fall noch einmal. Mal. 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 Nein, ich hab's erst mal komplett verkackt! Hallo? So... 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 Denn dann verpasst ihr kein neues und weiteres Video. Ja und dann sag ich danke fürs Zuschauen und bis zum dritten Teil. Tschüss.